Und zwar Wir gehen Für Kampfsportale Wir gehen zur Kampfsportale Wir gehen zur Kampfsportale rein So, da brauch ich wenigstens nicht mehr Die Erfahrung bei dir sammelt automatisch das Ding Die Sachen mit ein Oh ja, Alisa, das ist gut Das ist gut, weil ihr das Kampfsportale Dann ist eines mal mehr Energie zu bekommen Wie scheint so 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 Ich warte, wie sie alle Zonen übernehmen So, wie sie alle Zonen machen Außer natürlich in Arcade Modus In Arcade Modus hab ich meinst genug bei Technik-Technik-Zelle von 2 gespielt gehabt Wenn ich da noch in sind Hehehehe Hm? Achso, da ist es Dojo schon Ich glaube, der erste Fight Oh, hier treffen wir Klopper jemanden Oh, das ist Law oder... Jaaaaaaah Hehehehe Ich komme für sie bitte da Au Hey Stört Arisa? Kommst du ganz kurz mal her? Kommst du mal her? Bitte in die Richtung Kannst du spiel ganz kurz in die Richtung für die Kämpfe Dankeschön Hehehehe Danke, dass du in die Richtung gekämpft hast Weil ich doch den Kass mit Sachen für mich drin Was? Ist doch ungepackbar? Ja, das ist ungepackbar Ja, das ist ungepackbar Yay, jetzt haben wir die beiden frei Hehehehe Hehehehe Der gute Eile King Schöne Platte Heils Ja Aber wieder Ja, jetzt bekommen... Oh, Mann Oh, Mann Hey, jetzt... Schade Ist jetzt gemacht man da? Da können wir darüber Na, ich war zu gut, weil jetzt ohne zu übernehmen Also, was jetzt äh... Äh, ja Aber das letzte Band etwas länger wird natürlich Ich... Deck in 6 Wurde wir was zu mehr davon haben Und das ist die Musiker hochprogrammieren Also, vorarbeiten, wie muss ich schon sagen Ein bisschen vorproduzieren Oh, das kenne ich doch Oh! Ist sowas tech-tech-tech-tech-tech-tech-tech-tech Das war schon mal mit dem Jetzt kommt der nächste Was hab ich schon aufgesammelt? Ja, die haben wir... Ah, Punkte mal 2 Ja, komm Paul Ja, komm Paul Ja, 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 ja C800 Wurde noch mal Oh, säck 35 % Ich glaube die sind vererdammt morte die da wir jetzt eh Also, natürlich send ich Power, oder? Das ist ein bisschen feiger von dem. Lisa, kommst du? Lisa? Nein, das ist sehr entsammelt. Lisa, komm. Komm, einsammeln. Danke. Ich muss echt dazu bringen, dass ich das mal einsammel. Oh, zack. Lass uns raten, jetzt gibt es hier Lore und Pulse. Das hat er noch mal bei der Arena gehabt. Wow. Er kann. Also ich hatte es eingesammelt. Perfekt. Wollt ihr die Kiste noch einsammeln? Beide werden nicht, ich hatte es nicht eingesammelt, aber das ist das Problem. Oh, sehr schwarz. Steifert viel. Oh, gut. Kampffrogs. Oh, gut. Ah, sehr gut. Faisert ihre Gesundheit wird gestiegen. Ah, das ist gut. Ja, aber kann nämlich alle Tekken-Campen, alle Charaktere freischalten, wenn die Tekken-6 mit dabei sind. Ingröße mit Devil-Chain, aber am Anfang könnte man sich entscheiden, ob man da bitte freischalten will. Aber, welchen Lebenscharakter man freischalten wollte. So, an Lisa, wir brauchen uns nicht mal ganz kurz. Eine Minute, was ich wiederholen kann, haben wir immer noch zusammen ausgesprochen. Ständnis und das wiederher. Oh, gut. Passt. Plötzlich. Er war ja am Griff, ist okay. Das sieht ja zu drückkomisch aus, aber muss sein. Es muss einfach sein. Ausrüsten und der Körper, aber nicht so schnell zu kommen. Stellt Gesundheit. Oh, geil. Oh, yeah. Oh, 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 oh. So. Steigert um 50%. Mmh. Vierter Farmer. 22-30% Farmer. Nee, Eis ist schon gut. Wie gesagt, ehrlich, ich bin gerade Gegner ganz halb locken. Da bin ich wenigstens mehr gesichert davor. Da bin ich wenigstens mehr Info. Ja, das bin ich nicht. Vielen Dank.